Okay, next. Da in der Mitte. Let's go. Ja, du. Ja, 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 ja. Mit dem richtigen Pulli an auf jeden Fall. Schau mal. Hallo. Nicht erschrecken. Hörst du dich selbst? Nein. Nein, er hört sich noch nicht selbst. Bist du dir an? Er hört sich noch nicht. Jetzt hörst du dich. Ja, jetzt höre ich mich. Jetzt hörst du dich. Hallo, wie ist dein Name? Daniel. Daniel. Okay, auf dein Go geht's los. Okay. Wann hast du das letzte Mal gespielt, das Game? No, vor einer Woche. Oh, das ist schon mal eine Ansage. Ja, dann. Versuchen wir es mal. Wie gesagt, die ersten Runs sind immer erst mal wieder an die... Ja, auch erst mal reinkommen. Klar. Aber ich glaube, ich habe schon die ein oder anderen Stellen noch gesehen, wo man was mitlassen kann, will ich jetzt mal sagen. 80. Bist du mit Luigi Fein? Ja. Ja, okay. Die Entscheidung fand ich ganz gut. Ja, okay. 25 als Einstiegszeit ist schon mal eine Ansage. Ne, 23. Was sage ich da? 23,9. Als erste Zeit. Ja, Lull. Ah. Ne, das geht leider nicht an den Chat. Also an den Schlüssel werdet ihr nicht rankommen. Seid denn, ihr habt irgendeinen krassen Glitch. 92er Pipe. Das haben wir schon gesehen, aber nicht häufig. 81. Uh, 20. Wir sind auf der 20. Wir sind auf der 20. 21 irgendwas. Aber du bist auch erst mal einer Minute 30, die du spielst. Also ganz easy. Denk mal, das wird eine 15er. Ohohohoho. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. 0,16. Schön gemaschen. Gemaschen, mash, mash, mash. Jeder hat vier Minuten Zeit in den Chat. Also jeder darf sich hier melden und kann dann vier Minuten lang das Level grinden und die beste Zeit zählt. Alles andere ist uninteressant. Boah, das war, wenn du nicht hängen geblieben wärst, wär's echt gut. Das ist eine 20, aber der Bonk da an der Kante... Ja, in den Kopf gestoßen. Ja, war nicht so ganz gut. 20. Das ist eine 20, 3,16. Muss aber auch sagen, ich bin gehandicapt. Ich hab mich gestern verletzt. Ja, dann zieh ich den drei Sekunden ab. Dann ist es eine 16. Wann warte ich jetzt? 20... Oh, 3,1. 3,1. Das reicht. 3,16 war's. Weltrekord mittlerweile bei 18, 2, 3, sehen wir. 20, 1, 3, 3, 1, 6. Ich will keinen... Du bist damit Platz 2 aktuell. Platz... Nee. Ah, doch, Platz 2. Och Gott, jetzt aber. Ja, Matthias muss gleich noch. Matthias. Du, du, Hans hat gar keine Wache. Du hast überhaupt gar keine Wahl. Du musst dich dieser Challenge stellen. Ja, das ist egal. 85. Das ist die erste 85er. Jetzt... Let's go. Mach die Sub 20 klar. Oh, das wird die Sub 20. Wir sind bei 18 gerade. 19. 19er Zeit. Da ist die erste Sub 20 geknackt. Okay. Das war wirklich gut. 2, 6, 6 auch noch. So niedrige. Low, 19. Okay. Noch hast du Zeit. 10 Sekunden. Noch 8 Sekunden zum Restart. Noch kannst du. Okay. Dann letzter Versuch. Ach. Ja gut, das tut mir leid. Aber du hast jetzt ja ein Brett rausgehauen, muss man sagen. Da muss man ja erstmal schlagen. Denk dran, das Headset abzunehmen, sonst... Geht es laut? Vielen Dank. Vielen Dank. Such dir gerne schon mal hier was aus. Und im besten Fall bist du ja noch so 45 Minuten hier, falls du ja einen Preis gewinnst. Ja, sehr gut. Such dir was aus. Und Matthias, komm. Also wir müssen kurz mal außerhalb der Auswahl, muss jetzt natürlich Matthias mal hier rüberkommen. Das geht schon. Matthias, wie schön. Hallo. Matthias, wie schön ist denn das? Ja, zufällig vorbeigekommen, wusste gar nicht, dass du hier bist. Ja, also, das freut mich ja jetzt sehr. Ich muss jetzt gucken, ich meine nämlich, man kann die Wolken etwas skippen. Wenn ich das richtig gesehen habe, würde ich sagen, dass man hier mit Schwung direkt hoch kann. Und wer das, glaube ich, entdeckt hätte, hätte sich das hier gespart. Und das wäre, glaube ich, der... Ich glaube, sogar man könnte mit viel Geschwindigkeit auch so machen. Ja. Und ich glaube, dann wäre hier eine 16 oder eine 17 drin gewesen. Ich habe gedacht, es wird irgendjemand noch sehen. Auch ein paar Hinweise gab es ja, aber ja, so wird es klappen. Okay, an der Stelle, Dominik, wenn du willst, mein Lieber, Geilo. Was machst du? Ach, du machst die Preisübergabe. Dominik ist nämlich unser Light, wie heißt er? Light... Light Commander. Der Light Commander. Der Light Commander. Das ist krass, oder? Ja. Also, ich würde jetzt mal sagen, herzlichen Glückwunsch erstmal an unsere ersten drei... Oh, das ist... Jetzt habe ich ja eine Challenge. Wir haben nur eine 18er Zeit. Das ist sehr einfach. Und das ist der Franzen. Ich würde dich gerne nochmal nach vorne bitten. Herzlichen Glückwunsch. Das ist... Ja, 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 klar. Du kriegst einen von den großen Carrera-Cards. Was haben wir denn? Haben wir zwei zu Hause? Weil es sind beides Yoshis. Es sind beides Yoshis. Ja, herzlichen Glückwunsch, Franzen. Hast ja hier abgesahnt. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns ja gleich nochmal. Starke Zeit, starke Zeit. Aber auch den Wolkenskip nicht gesehen, Franzen. Nicht den Wolkenskip. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, okay. Okay, das war Platz 1. Und Platz 2, ich möchte dir jetzt nichts Falsches sagen, ist Daniel. Das sehe ich richtig. Mit einer 19-2-6-6. Daniel, let's go nach vorne. Du kriegst einen kleinen Carrera. Einen kleinen Carrera. Die anderen Preise sind ja für morgen. Ja, die sind, ich glaube, die sind sehr witzig. Die sehen zwar winzig aus, aber mit Fernbedienung finde ich es, glaube ich, sehr spaßig. Also, herzlichen Glückwunsch dafür, Daniel. Starke Zeit. Und Matthias, oder? Ich war im Moment, bevor jetzt... Ja, Matthias ist Platz 3. Sehe ich richtig. Dann kriegst du, Matthias, du bekommst einen Luma. Und gerne auch noch Sticker und Anhänger. Genau, die kannst du online, das gehört dazu. Du kriegst dieses Paket. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Sehr, sehr gut. Ja, stark. Das hat deutlich mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Äh, witzig. Ich dachte, es wird vielleicht langweilig, wenn es so lange ein Level ist. Aber der Grind war sehr, sehr cool. An der Stelle nochmal danke an Claudia, die das Level hier gebaut hat für das Event. Die ist auch im Chat. Sehr schön gemacht. Los, Weltrekord holen. Nee, das mach ich jetzt nicht. Das machen wir mal vielleicht off-stream oder im-stream, wenn ich wieder zu Hause bin. Auf jeden Fall, wir werden es jetzt so machen. Morgen gibt es das Ganze wieder. Wer jetzt gesagt hat, ich hätte gern mitgemacht. Ihr habt morgen nochmal eine Chance von 15 bis 17 Uhr. Dann gibt es ein anderes neues Level. Und wir machen jetzt eine Mini-Pause. Und dann sehen wir uns hier gleich mit einem Speedrun von Fransen in Mario World. In einem Hack Baby Kaiser World. Und ja, kurzes Päuschen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Bis gleich.